Halt die Fresse mit deinem scheiß Top-Step! Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen... Das ist doch wohl... Das ist doch echt ein Witz. Nein, 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 nein! Komm, komm, komm! Ja! Da sitzt er! Was soll das denn? Da sitzt er! Ohohohoho! Alter, war's knapp! Bitte, bitte, bitte! Warte, geht das? Nein, warte! Bitte! Nein! Ja! Ja! Okay, okay, jetzt, jetzt, jetzt! Nein, nein! Oh, knapp über die Platte! Komm, 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 komm! Ja, ja! Nein! Schon wieder am Pfosten! Was ist das denn? Das war... Das war ein Zeichen... Das war ein Zeichen von ganz, ganz oben, aber von... Von ganz... Von ganz... Oh shit, oh shit! Ist es das schon? Nein, nein! Nein! Warte, ist's denn los mit der? Was ist denn los mit der? Ach natürlich! Wie doof wir sind! Was denn? Guck mal, ob dir im Menü was auffällt! Oh! Wir waren beide Spektator! Und wir wundern uns, wieso das Spiel nicht startet und starten einfach beide als Spektator! Ich hab ja noch so nen Hund liegen. Moment, nehm ich mal kurz das Ohr vom Hund... Das Ohr vom Hund... Was... Was machst Du? Dün... 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 Ende... Mache ich jetzt alle 5 Sekunden die Augen zu. Blinzeln auch im Fachbereich, Biologie genannt. Aber können wir gerne machen. So gab es zum Beispiel auch Optifranets für 1.7. Guck mal, jetzt mal richtig. Okay, ich merke gerade, das ist aber wirklich das hinterlistigste Level hier von... Nein! Auf den meisten Servern, ne? Oder meinst du hier? Jetzt muss ich mich aber wirklich... Jetzt brauche ich... Okay, konzentrier dich, Kedos, du machst das. Ich aber schon, wenn ihr mal Kedos und den alten Bergmann mal wollt, wie wir beide hier... Fertig mal. Dafür ist sowas ja da, dafür hast du deinen Lehrer doch eingeladen. Wird er jetzt mal schon ein bisschen... Nee, 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 nee... Nee, das... Hast du nicht auch mal Sportvertretung gegeben eine Zeit lang? Nein! Nein! Ja, ich bin so weit wie noch nie! Ich bin müde. Mir ist kalt. Ich bin schwach. Ich bin müde. Mir ist kalt. Jetzt kriegt man schon so... Krankheitserscheinungen. Vater, bist du es? I had the time of my life. And I'm never gonna sway before. And I swear, this is Bergmann. So, ich bin mal wenigstens wieder auf einer Säule. Muss ich mir jetzt kurz selbst applaudieren? Ich glaube, jetzt bin ich richtig im Flow. Und sterb. Man hat gesagt ja immer, Jesus musste leiden für unsere Sünden. Aber das hier, das hat niemand beachtet und Buch darüber geschrieben. Nein! 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 Wie du da um die Ecken guckst. Jetzt du! Wenn du runterfährst... Nein! Nein! Ja. Ja. Genau das ist mir auch passiert. Ohne Witz, das läuft gerade richtig schön bei mir. Und jetzt macht es mir gerade auch Spaß. Ich glaube, ich werde gerade psychisch krank. Mhm. Das glaube ich langsam auch. Eine scheiß Angst vor dir. Alter! BAM! Weißt du, was so gemein ist? Guck mal, wo ich bin, du Wichser! Guck mal, zwei anderen Dings hier. Ich war genau da. Ich glaube, die ist tot. Da bist du voll in deinen Weihnachtsgeschenken hängen geblieben, du blöde. Jetzt fügt hier ein Schimpfwort eurer Wahl ein. Das könnt ihr gerne machen. Die Mist! Ich hab dir schon immer gesagt, beim ersten Date soll man nicht auf den Hügel der Vergewaltigung fahren. In deiner Hose ist das eine... ...Münzrolle? Nein! 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 Ich war nicht... Hildegard, das hast du jetzt aber mal echt verdient hier. Lecker, lecker, schmecker, penner, ho! Aaaaaaaaaaaaah! Somewhere! Deep down in my heart! I still love you! Thank you, space! Ja, das geht jetzt aber ganz schön schnell für so'ne alte Frau! Oh mein Gott! Ist das... Das ist ja die Härte! Oh, yo! Hallo! Oh, ja! Oh, voll of nindern! Oh, ja! Oh, ja! Oh, mein! I'm so fucking amazing! Oh, mein Gott, ich bin the best in the world! Oh, mein Gott, ich bin so gut! Ah, Walter! Ich bin der Walter! Ich bin der Walter! Und mit meinem Helikopter flieg ich immer schneller, denn ich bin der Walter! Walter! Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da und gerne auch einen wundervollen Kommentar! Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Kedos spielt mit glücklichen Reifen und damit meine ich keine latexfreien Kondome, sondern tatsächlich dieses Spiel! Ciao, tschüttel, tschüttel und reingehauen! Puh! Puh!